Alle deine Minecraft-Fragen in einer Minute. Original-Video ist in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen hier zwei Nether-Portale, die sich kreuzen. Man kann sie allerdings nicht gleichzeitig anmachen. Badrock im Endportal verschwindet, wenn man ein, äh, ja, Endauge rein tut. Man kann durch eine Tür nicht mit einem Bogen schießen. Ihr seht, der Pfeil bleibt da einfach stecken. Das gleiche gilt auch für eine Trapdoor. Wir können Lava platzieren in einem Cauldron, der unter Wasser ist. Wenn wir ein Jep unter Strich Schaf scheren, ist es trotzdem weiß unter seiner Wolle. Wir sehen hier zwei Villager. Der eine Villager heißt Dinnerbone und trotzdem schlafen sie beide ganz normal im Bett. Und wir haben hier einen Eisengolem und einen Schneegolem. Und trotzdem wird der Schneegolem bevorzugt, auch wenn wir zwei Wither nebeneinander haben. Spont nur einen Wither.